Moment, Moment, wir fangen irgendwie an der falschen Stelle an. Erzählt erstmal von euch. Radio Boys und ein Nicht-Boy dazwischen. Warum Radio Boys? Ja, es ist so, Ecki kam letztes Jahr als neuer Programmchef zu uns in die Redaktion und hat dann gefragt, wer würde denn von euch Musik machen? Dann haben sich ein paar Leute gemeldet und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Band. Und einfach erstmal so, ohne jetzt zu wissen, wer welche Instrumente spielen soll und so weiter, weil es gab es eigentlich auch bei Antenne MV immer schon, dass es... Ihr habt was mit Antenne MV zu tun? Genau, wir sind von Antenne MV, Moderatoren bzw. Produzenten und der Programmchef, also unser Chef ist hier, wenn ich verspielst, bist du raus, das ist einfach mal so. Das heißt, man müsste theoretisch eure Stimmen aus dem Radio kennen und jetzt sehen die Leute, die jetzt zugucken, mal die Gesichter dazu. Ganz genau. Dann stellt euch mal kurz vor, bitte. Moment, am besten so, wie man auch im Radio das hören würde. Es ist 15.03 Uhr, herzlich willkommen, das ist der Nachmittag mit Steffen Holz auf Antenne MV, schön, dass ihr alle da seid und ja, das, genau. Jetzt verstehe ich. Okay, weiter bitte, warum... Wer ist noch beim Radio? Ich bin auch beim Radio, ich bin der Programmchef von Antenne MV. Ja, ich bin Zivildienstleistender beim Radio. Das kann man machen, wirklich, da kann man sich auch darauf bewerben als Zivi? Äh, ja, es ist ein FSJ in der Demokratie. Ah, Schlupfloch. Also für alle Interessierten, die keinen Krankenhausdienst machen wollen oder so, Zivi beim Radio. War das erste und letzte Mal. Ach so. Also, also nach dir haben sie das wieder eingestellt. Du bist in die Karate. Ja. Weiter bitte, die Dame. Ich bin auch Moderatorin bei Antenne MV, mein Name ist Anna Baumgart. Es geht ein Licht auf. Und weiter bitte. Äh, ja, ich bin Hagen, ich bin nicht zu hören im Radio, ich produziere nur alle Sachen. Das heißt, wofür bist du verantwortlich? Äh, ja, so Jingles und Opener, Drop-Ins, Testimonials, Bumper, Stinger und so. Geräusche außerhalb der Musik. Okay. Ja, und wieso, wie, also, da hast du gerade angefangen zu erzählen. Ihr macht... Ja, wir machen ja das alles hier wegen Hannes. Unser... Wegen Hannes. Ja, wie soll ich sagen. Verdammte. Unser Zivi. Hi. Und Dieter Wist. Und Produktionshilfe. Jedenfalls Hannes geht noch biegen, das wissen alle. Ja. Letzter Abend fehlt mir heute hier. Eigentlich der erste Morgen, aber... Tschüss, Hannes. Ja, und das. Tschüss. But the kid is not my son. Textzeile aus dem nächsten Son. Ich werde mir heute noch sagen, was er anfangen. Nein! Ja, wir zuh, wa! تعangen! Ja, wir machen. Tschüss. Wie ist ja, du hast ja, du hast ja, immer wieder. Ja, muss ich meinen middleen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020